Erliebe Oktagon am 23. März in Stuttgart. Tickets im Vorverkauf unter oktagon-tickets.de Um den Titel im Mittelgewicht. Varginjak gegen Kinzel. Varginjak in der blauen Ecke, in den weißen Fight Shorts. Kinzel, der Champion in der roten Ecke, in der schwarzen Hose. Varginjak ähnlich aggressiv wie in seinem letzten Kampf. Versucht hier gleich mal, sich etwas Respekt zu verschaffen mit diesem wilden rechten Schwinger. Geht er noch schon mal direkt in die Halbdistanz. Schmeißt ein paar Haken raus. Und natürlich feuert das ganze tschechische Publikum hier den Lokal-Matador Patrick Kinzel an. Er versucht sich den ersten Takedown zu holen. Gut verteidigt von Varginjak. Gut verteidigt, aber da war ein Knie tief zwischen die Beine. Aber gehen wir noch mal kurz zurück auf die Situation davor. Der Takedown-Versuch von Kinzel. Gut gestoppt. Ah, hier sehen wir es. Von Varginjak. Dann kommt das Knie aus dem Clinch. Immer eine gefährliche Situation. Man sieht nicht genau, wo das Knie hinkommt. Beide bewegen sich. Dann geht es gerne mal dorthin, wo es sehr, sehr unangenehm ist. Nämlich? Philipp? Ja, in die Familienplanung, in die Klöten. Ja. Wie man es auch immer nennen möchte. Ich wollte nur wissen, ob du mir zuhörst. Nein, also dir höre ich nicht zu. Es geht weiter. Das kann man sicher nicht den ganzen Abend anhören. Hör auf Zinge, es geht weiter. Varginjak mit den schnellen Führhänden und mit diesem leichten vorderen Bein, das er immer wieder nutzt, um so Leichtkontakt-Kicks rauszuwerken. Ja, aber jetzt ist es Kinzel, der immer wieder mit den Calf-Kicks das vordere Bein von Varginjak bearbeitet. Ich bin auch gespannt, ob Kinzel wieder seine Ringerkönnen zeigt und versucht, den Kampf auf dem Boden zu verlagern, selbst Ground and Pound zu starten. Ja, und genau, dorthin taucht er jetzt gerade ab. Aber auch hier wieder die Take-On-Defense von Varginjak. Bislang einfach hervorragend. Outstanding, würde der englischsprachige Kommentator sagen. Ganz genau so ist es. Aber jetzt ist es Varginjak gelungen, selber mal nach dem Take-On-Versuch von Kinzel ihn hier an den Käfig zu stellen. Jetzt die Frage, was er draus macht. Bislang nervt er Kinzel einfach nur, indem er seinen Kopf, seinen Schädel in sein Gesicht reindrückt, in Kinzels Gesicht reindrückt. Ist aber sehr effektiv. Er macht es super, wenn wir uns zurückerinnern an den Kampf gegen Wemola. Wemolas Kopf war immer viel zu weit unten. Der hat irgendwo auf Bauchhöhe den Druck ausgeübt und deshalb konnte Kinzel ihm ohne Probleme gegen den Kopf schlagen. So, durch diese Head-Position, die Varginjak hier hat, ist es für Kinzel sehr, sehr unangenehm. Und er muss die ganze Zeit schauen, dass er da seine Posture wieder zurückbekommt. Seine Postura, um hier nicht mit zu vielen Anglizismen rumzuwerfen. Erster ist gut, das Kampfsport, hoppala, gute Rechte von Kinzel. Ich wollte gerade sagen, ach, ist schon gut, das Kampfsport, Deutsch ist eh schon so halbes Denglisch mit all den eingebürgerten Fachbegriffen, die wir dabei haben, aus dem Jiu-Jitsu beispielsweise. Aber jetzt, beide Kämpfer wieder im Käfig und wieder der Karpfkick von Varginjak. Oh, schöner Kick von Kinzel. Direkt die Antwort gab es. Und wir wollen doch mal sehen, wie lange Varginjak in einem Fünf-Runden-Kampf bei diesen Karpfkicks, die da ausgeteilt und eingesteckt werden, diese Leichtfüßigkeit auf dem vorderen Bein beibehalten kann. Und da ist er wieder in der Clinch-Position, drückt wieder gegen den Kopf und Kinzel. Der hat sich hier wieder schmerzverzerrt zum Referee umgeschaut. Und da war das nächste Knie und dieses Mal, glaube ich, wieder. Ich hätte es nicht eindeutig gesehen, müssten wir uns nochmal in der Wiederholung an kennen, das wird ja gleich ohnehin passieren. Knie kommt hoch. Ja! Ja! Ding! Dong! Zeit für ein Spiegelei. Ja, also wenn es das zweite Mal in einem Kampf, beziehungsweise sogar schon in einer Runde ist, dann wird es wirklich ungemütlich für denjenigen, den es betrifft. Und er wurde auch hier jetzt hart ermahnt, wenn es nochmal vorkommt, wird es einen Punkt Abzug geben. Ja, und wir haben ja vorhin schon gesehen, was es bedeutet, wenn man einen Punkt Abzug bekommt. Dann ist auf jeden Fall mal eine Runde hin, die man eigentlich vielleicht gewonnen hätte, aber wir haben, wie gesagt, den Medical Timer von bis zu fünf Minuten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er hier nicht ausgeschöpft wird, sondern dass Kinzel gleich weitermachen kann. Signalisiert dem Referee auch, dass er jetzt bereit ist. Wachiniak entschuldigt sich kurz mit dem Shake Hands und dann geht es weiter in dem Titelkampf. Das Mittelgewicht ist eine interessante Gewichtsklasse, weil die... Oh, gute Hände von Kinzel. Ich würde gerade sagen, das Mittelgewicht ist eine spannende Gewichtsklasse, weil die Leute auf der einen Seite noch diese Explosivität haben, auf der anderen Seite auch schon die Knockout-Power von den großen Jungs mitbringen. Da trifft quasi das Beste aus beiden Welten zusammen. Und höchstwahrscheinlich werden auch neben all den Zuschauern zu Hause auch Kerim Engisek und einige andere Athleten aus Deutschland diesen Kampf sehen, die schon mit einem Auge auf den Titel im Mittelgewicht schielen. Jetzt ist es Kinzel, der hier Druck im Röpping macht. Aber auch hier starke Verteidigung bisher von Wachiniak. Der selbst kurz einen Wurf angesetzt hatte. Oh, schöner Uppelbow, also einen Ellbogen als Uppercut geschlagen von Patrick Inspektor Kinzel. Jetzt versucht er hier den Single Leg zu bekommen, hat auf das rechte Bein von Wachiniak schon umklammert. Es ist von hier aber sehr, sehr schwierig und die Runde ist gleich vorbei, also das wird vermutlich nichts mehr. Und ich muss sagen, ich habe Kinzel noch nie so happy und so glücklich erlebt wie auf dem offiziellen Wiegen gestern oder bei der Waage gestern. Normalerweise ist er immer ein sehr stoischer Mann, dem man nicht wirklich ansieht, welche Emotionen jetzt gerade durch seinen Kopf schießt. Aber gestern hat das einen ganz anderen Charakter gehabt, sein Auftritt. Jetzt signalisiert Wachiniak, dass irgendwas nicht gestimmt hatte. Ich glaube, Kinzel meinte, er hätte schon wieder einen Tieftreffer bekommen, aber Wachiniak meinte, nein, nein. Und der Ref hat auch gesagt, komm. Es reicht. Es reicht, macht jetzt. Ich will heim. Ihr seid hier, um eure Arbeit zu verrichten. Waltet eures Amtes. Wachiniak ist sehr, sehr wild mit seinen Angriffen. Also, da kommt eigentlich kaum ein gerader Schlag. Es sind eher immer diese wilden Schwinger von außen. Was eigentlich schade ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass er seine Reichweite noch besser nutzen könnte, wenn er auf der Innenbahn schlägt. Das ist aber bislang das Schlagsetup von Kinzel. Oh, guter linker Haken von Wachiniak. Der Kinzel einmal durchschüttet. Und jetzt sucht Kinzel hier das Weite, während Wachiniak weiter im Vorwärtsgang ist. Kinzel hat jetzt die Mitte des Käfigs. Jetzt ist die Frage, was kann er hier draus machen? Er arbeitet mit der Führhand, kommt mit der Schlaghand hinterher. Schön gemacht. Gut getroffen. Aber auch Wachiniak kommt hier mit seinen wilden Schlägen und landet immer wieder am Kopf von Kinzel. Besonders die Karpkicks, die Kinzel vorher gemacht hat, die fielen mir gut. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit Erfolg hat, wenn er die wieder weiterhin in sein Game einplant. Aber vielleicht hat er auch die Träne seiner Kicks verworfen, weil er dann eben auch riskant getroffen werden kann. Aber jetzt rutscht Kinzel einmal ab. Und Wachiniak hinterher, gibt Vollgas, versucht jetzt hier den Sex zuzumachen. Und wir haben den Pflasto Cipo schon gesehen, zu was für gewaltigem Ground and Pound der Tone im Stande ist. Aber Kinzel kommt zurück aufs Knie und bewegt sich zurück in den Stand. Noch zwei Minuten und 20 Sekunden in dieser zweiten Runde. Ja, Wachiniak hält weiter an dem Griff fest. Er möchte die Position nicht aufgeben. Es ist natürlich auch immer so ein Gamble, den man aus dieser Position machen kann. Man kann entweder den Griff lösen und in der selben Sekunde, wo man den Griff löst, wieder Knie oder Ellbogen, eventuell sogar ein High-Kick im Weggehen starten. Oder man hält an der Position fest und sucht den Bodenkampf oder sucht den Clinch. Das sind die Möglichkeiten, die Wachiniak jetzt von ihr hat. Solange es Kinzel noch nicht gelungen ist, den Griff der Hände von Wachiniak aufzubrechen. Jetzt ist der Griff offen, aber Wachiniak kontrolliert jeweils die Handgelenke. Dadurch hat er noch eine recht gute Kontrolle und drückt Kinzel in den Cage und kann eben durch diese Knie zum Oberschenkel, zum Gesäß nicht wirklich dramatischen Schaden anrichten, aber genug Action bringen, um den Kampftor zu halten und Punkte zu sammeln. Ja, Kinzel kommt hier jetzt nicht wirklich aus der Ecke weg. Wachiniak lässt ihm auch keinen Platz, bearbeitet, zeigt euch die Beine mit Kniestößen. Und Wachiniak denkt sich, wir haben ja noch ein paar Hündchen. Ich riskiere erstmal nicht zu viel, sondern sichere mir hier meine Punkte. Und eben, jeder, der schon mal so ein Elch oder Charlie Horse oder wie auch immer ihr es nennen wollt, auf den Oberschenkel bekommen hat, weiß, wie unangenehm das sein kann. Ja, auf der Action! Ja, man kann auch wahlweise einfach mal einen... Oh! Hoppala! Jetzt hat er ihn am Boden und jetzt setzt Wachiniak nach, aber der legt los wie der Teufel! Ja, Wachiniak! Auf einmal explodiert er von 0 auf 100! Kinzel wackelt! Wachiniak geht hinterher, will hier das Finish in der zweiten Runde! Der hat es aber auf einmal ganz, ganz eilig, aus dem Nichts, kommt er mit dieser Attacke. Zehn Sekunden noch in der Runde. Er darf ihn nicht überpacen. Wahrscheinlich wird Kinzel die Runde überstehen, aber ganz, ganz wichtiges Momentum. Für den Mann aus Polen. Ganz richtig. Wow! Fight! Das ist natürlich eine Frage auch, ja. Kinzel ist es gewohnt, die Championship Rounds zu fahren oder Kämpfe in diesem Umfang zu haben. Wachiniak ist Champion bei der polnischen Organisation Babylon MMA, so weit ich es weiß, haben aber auch die meisten seiner Kämpfe ein vorzeitiges Ende gefunden und wieder legt er los als Gapscan Morgan. Also wirklich beeindruckend, wie er hier mit diesen dynamischen, explosiven Bewegungen nach vorne, Kinzel überrumpelt, überrennt, ihn trifft und dann eben auch noch eine dominante Position am Boden oder zumindest im Clinch durch erarbeitet. Kimura-Attacke von Kinzel. Ja, aber in der Position wird es schon langsam schwierig. Aber er nutzt diese Situation. Wow! Klasse! Er nutzt es für den Sweep, aber Wachiniak kommt hoch. Aber trotzdem krägt Kinzel ihn, aber Wachiniak kommt wieder nach oben. Ein Katz-und-Maus-Speed, ein ewiges Hin und Her. Jetzt sieht es so aus, als hätte Wachiniak seine Oberlage gefestigt. Wahnsinn! Also auch da sehen wir, dass Wachiniak am Boden ebenfalls mit allen Wassern gewaschen ist, weil ein Mann wie Kinzel führt man da nicht so einfach vor. Jetzt Kinzel mit dieser Deep-Hafgad bewegt sich zur Dogfight-Position hoch. Und das ist jetzt, Wachiniak in die Unterlage zu treten. Das wäre so riesig, wenn er jetzt gewinnen würde. Die Halle-Tob-Chon, als hätte Kinzel gewonnen. Und jetzt ist Wachiniak um in jeder Menge Probleme. Jetzt setzt er die Arm-Driangle an. Vielleicht die linken Kinzel, um das zuzuziehen. Das wird in! Das wird in! Oh! Was geordnet! Was geordnet! Zapp müssen in Runde 3 für Patrick Kinzel. Und nachdem der hier richtig am Stroken warnt. Nach einer Minute und 50 Sekunden im 3. Runde der Winner war Arm-Triangle. Und trotzdem Oktagon-MMA-Middleweight-Champion Patrick Inspektor Kinzel! Erliebe Oktagon am 23. März in Stuttgart. Tickets im Vorverkauf unter octagon-tickets.de Es warme lamäß! Da ist schwer wie in 500-t只 seems, esCom ship compartiert. Cabiné scharf. Außerdem hat eren wir uns in 3. Runde beh amendments.